Hallo und ein herzliches Willkommen in Tiny City, unserem Community-Projekt. Heute gucken wir uns den Tierladen von der Tina an. Sie hat auch ein Buch geschrieben, da gucken wir natürlich als erstes rein. Nicht wundern, dass es alles so ein bisschen nebelig wirkt hier, also da hinten so. Ich habe meine Sichtweite enorm runtergeschraubt, also von, ich glaube ich hatte mal 16 Chanks an, jetzt auf 9 runter. Ich hoffe, dass das Ganze dann ein wenig flüssiger wird, weil die Stadt schon enorm gewachsen ist, da ist ganz, ganz viel gebaut worden. Und, Moment, und die ganzen Sachen gehen einfach tierisch auf die FPS. Und ja, ich habe gedacht, ich versuche es jetzt mal mit der Sichtweite runterschrauben. Es scheint jetzt gerade ganz gut zu funktionieren. Ja, so, wenn man so die Richtung guckt, ist es halt recht wenig FPS, aber alles mittlerweile im Rahmen. Also es ist alles soweit in Ordnung, denke ich. Okay, so, dann fangen wir mal an, das Buch zu lesen. Liebe Millennia und die Zuschauer, in meinem kleinen Tierladen findet ihr für Fische, Pferde, Hunde und Katzen, Futter, Spielsachen und auch für das Aquarium, Korallen und so weiter. Ich hoffe, dass es noch tiny genug ist. Im Keller ist ein kleines Lager, das aber noch nicht voll ist. Falls ihr noch was zum Verbessern habt, melden. Oben habt es auch noch einen kleinen Rückzugsort für die Angestellten. Draußen findet ihr einen Parkplatz für Auto und so weiter, aber auch für die Pferde. Nebenan ist ein kleiner Platz für Hunde. So, nun hoffe ich, dass euch mein kleiner Laden gefällt und viel Spaß beim Erkunden, Kisha Naomi, beziehungsweise Tina. Okay, wir gucken erst wieder von außen. Hallo, bist du Muli? Du bist ja Muli. Geht's dir gut? Ja? Ja, oh ja, ihr geht's gut, alles klar. Entschuldigung. Ach, meine Stimme momentan ist ein wenig angeschlagen. Ja, es geht jetzt ja so auf den Herbst hin und ja, wer ist mal wieder leicht krank? Mulhen, ja, war ja nicht anders zu erwarten, ne? Hallo, Kelly. So, hier haben wir auf jeden Fall den Parkplatz. Da steht Muli und das ist hier das Haus von außen mit, ähm, ja, Fensterläden. Da auch. Hat diese Steine gefallen mir echt gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Und hier ist noch ein Hundeplatz. Hallo, du bist Misha. Hallo Misha. Oh, geht's dir auch gut? Ja, okay. Okay, alles klar. So, dann gucken wir mal rein. Das sind ja Schalker-Drohnen hier. Ist da was drin? Ich muss da mal reingucken. Ja, da sind die ganzen Köpfe drin. Aha, okay, alles klar. So, guten Tag. Ah, hier Wasser für die Tiere. Das sind Hundekuchen sicherlich, ne? Nur für Personal geht's da hinten rum. Da gucken wir gleich rein. Ah ja, mhm. Ein bisschen Leinen und sowas. Können sich hinsetzen. Fische. Okay. Und nur für Personal. Ah ja, und hier ist dann die Fischabteilung. Okay. Für Personal. Ich schaue nochmal rein. Ah ja, hier können wir dann also Pause machen. Das finde ich gut. Eine Cola trinken. Ah, und die Umkleidekabine. Ah ja, okay. Alles klar. Nanni muss hier auch mit arbeiten. Das finde ich gut. Und ich darf auch hier arbeiten. Oh toll. Das ist schön. Okay. So, dann hatten wir unten noch eine Tür, ne? Alles gefällt mir. Ach, diese Ketten. Ich finde die so toll, ne? Und auch diese Laternen. Also, die könnte ich ja immer überall hinhängen. Ah, hier gibt es Pferderüstung. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Ach, das ist also genau das Pferderegal. Okay. Ja. Und hier das Katzenregal. Und Hunde. Oder ist das hier Katze und Hund? Das sieht so nach Katze und Hund aus, ne? Sondern das ist irgendwie keine Katze. Das ist ein Hund. Okay. So, jetzt müssen wir hier hinten nochmal gucken. Hallo, Amina. Ich muss hier mal durch. Ach, der Lagerraum. Okay. Ach, das ist ja süß. Das gefällt mir. Das ist ja voll süß. Das ist wirklich tiny. Also, das ist ein kleines, süßes Lager. Ah, toll. Wenn man das alles mit Schalkertruhen macht, ne? Dann hat man ja tatsächlich so ein kleines, süßes Lager. Echt nett. Schön. Doch, gefällt mir gut. So. Erste Hilfe, Kirsten. Die Kasse steht da auch. Okay. So, ich glaube, dann haben wir alles gesehen, ne? Also, ich finde den Laden absolut tiny. Also, da ist von der Größe ist da nichts zu meckern. Der ist wirklich schnuckelig geworden. Gefällt mir gut. Okay. So, wenn euch der Tierladen auch gefallen hat, dann hinterlasst einen netten Kommentar, einen Daumen nach oben. Und wenn du auch in Tiny City bauen möchtest, findest du alle Infos dazu in unserem Discord und den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch in einem anderen Video. Also, bis denn. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.